Ja, nach langer Zeit habe ich mich tatsächlich mal dazu entschieden, dass ich endlich mal wieder Modding Tutorials machen werde, diesmal für die 1.18, die ja jetzt rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Ja, und da werde ich euch jetzt fragen, Moment mal, wie kannst du denn jetzt schon Modding Tutorials machen für eine Version, die erst vor einigen Tagen rausgekommen ist? Ja, ich habe mir nämlich überlegt, ich mache das jetzt mal mit Fabric, also nicht mit Forge, die ich das bisher gemacht habe, da werde ich vielleicht auch nochmal Tutorials zu machen, aber jetzt erstmal in nächster Zeit werde ich für Fabric Tutorials machen, Forge kommt dann irgendwann in der Zukunft, wenn ich mit Fabric mal weitgehend durch bin und wenn Forge dann draußen sind, ist aber ich glaube, das meiste ist auch unter den beiden Versionen gar nicht so unterschiedlich, deswegen werden dann in den Videos hauptsächlich nochmal die Unterschiede zu dem Fabric entwickeln in den einzelnen Tutorials gezeigt. Ja, die grundlegenden Regelungen für diese Tutorials werden genauso bleiben, wie das auch bei der 1.12 und 1.13 damals war. Also es gibt diese vier grundsätzlichen Kategorien, Leicht, Mittel, Schwer und Mod, Interaktivitätszeugs, bla bla bla, das ganze Zeug, was da halt in Verbindung mit anderen Mods entsteht, ja und natürlich die Infovideos und was nicht alles dazwischen ist, das wird sich weiterhin nicht ändern. Auch ich glaube, ich werde jetzt generell eigentlich nochmal so gut wie alles sowieso neu zeigen müssen, weil sich so ziemlich alles geändert hat seit der 1.13 und mit Fabric sowieso. Also da könnt ihr euch darauf einstellen, dass jetzt eh nochmal alles von vorne, aber ihr müsst ja die alten Genres nicht unbedingt gesehen haben, außer ich werde das dann explizit in einem Tutorial mal sagen, wenn ich dann vielleicht eine Sache nicht mehr so ganz genau erkläre, wie ich das in einem alten Video gezeigt habe, dann werde ich einfach auf das verweisen, dann könnt ihr euch das angucken und ansonsten, ja es wird eigentlich alles so ziemlich nochmal von vorne anfangen, also bedeutet, wir fangen wieder an mit Installation und sowas ist bei Fabric sowieso nötig, da das anders funktioniert als bei Forge. Ihr werdet sehen, wie ihr Items, wie ihr Blöcke, wie ihr habt, keine Ahnung was, Flüssigkeiten wird bestimmt auch dran kommen irgendwann, solche Sachen werdet ihr alles nochmal lernen. Ja und viel mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen, jetzt in diesem Video, halt jetzt Fabric Tutorials für die 1.18, stellt euch darauf ein, dass die jetzt in nächster Zeit erscheinen werden. In welcher Reihenfolge, da habt ihr natürlich auch wieder so ein bisschen so einen Einfluss drauf, wenn ihr mir ganz oft schreibt, hier mach mal das, mach mal dies, dann werde ich das natürlich zuerst machen, vor den anderen Sachen, ansonsten mache ich das halt danach, wie es mir gerade passt, wie es gerade sinnvoll erscheint, so ein bisschen, ja, da könnt ihr euch jetzt drauf einstellen, für die 1.18, die Tutorials werden jetzt kommen und ansonsten war es das jetzt auch eigentlich schon, also bis dann, tschüss.